Auch zusammen mit uns in kirchlicher Gemeinschaft, zusammen diese Opfer, dieses Gebet für unser Gott und insbesondere für Maria, Mutter von Gott, Heilige Maria, dieses Gebet heute zusammengebracht haben. Es freut uns auch, dass wir hier verschiedene Nationalitäten haben, wie natürlich jedes Jahr. Ja, danke sehr. Und auch gleichzeitig möchte ich auch ins Besonderes Dankeschön sagen, dass wir heute auch einen Besuch haben, von einem Herrn Jürgen. Und bei diesem Besuch kann Irina ein bisschen mehr erzählen. Nicht nur erzählen, sondern bei Jürgen noch ein paar Worte. Genau, genau. Wir haben heute eine Ehre, bei uns einen besonderen Gast zu haben. Jürgen Jürgen ist Vorsitzender vom ukrainischen Koordinationsrat, der kam aus Kanada zu uns extra. Gestern haben wir mit ihm in Düsseldorf eine, finde ich, super wichtige Veranstaltung für Ukrainer, nicht nur in der Ukraine, sondern hier in der ukrainischen Diaspora und vor allem in Deutschland gehabt. Wir haben eine Veranstaltung zum Thema 25. Jahrestag des Nordenmoors in Irrung Karina. Und heute, Herr Jürgen kam zu uns, zu unserer Gemeinde und noch mit uns auch, er war bei Gott im Diasen und hier auch bei uns. Und er wollte noch ein paar Wörter zu werden. Nun sind wir, Herr Jürgen. Ja, halt, wir haben hier keinen Spaß zu haben. Weißt du ein bisschen, das ist ja, geht's nicht über unsere Sterne am가요. Vielen Dank.